liebe freunde willkommen zu einem neuen video ihr kennt meine mission ich versuche hier in meiner werkstatt platz zu gewinnen platz zu schaffen jeden zentimeter zu nutzen und da ist mir bei den ganzen aufräumen arbeiten aufgefallen dass ich hier noch das regal habe das zeige ich euch natürlich dazu hatte ich auch ein video gemacht vor einiger zeit auf rollen super praktisch und zwar war das regal hier für diese plastik boxen gedacht davon habe ich 14 stück hier in das regal reinpacken können wäre jetzt blöd neue werkbänke zu bauen oder die neuen regale damit zu befüllen wenn ich doch hier das regal schon da habe allerdings steht das ganze auf rollen die rollen werden demontiert und dann kommt es einfach an die wand wenn ich einmal was brauche habe ich es immer noch übersichtlich kann immer noch sehen wasser drin liegt und kann es mir dann aus dem regal rausnehmen jetzt werden wir erst mal das ganze auseinander nehmen ja nicht ganz auseinandernehmen aber die obere platte und die rollen und dann knallen wir das schön an die wand und damit haben wir heute wenigstens mal wieder was geschafft also legen wir los auch die deckplatte die obere platte die hatte ich sowieso glaube ich nur von vorne verschraubt also werde ich das auch ganz einfach wieder demontieren können wo ist jetzt die eine schraube genau die hatte ich nämlich schräg rein gedreht einmal nein 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 bitte weil das ist ein problem mein freund hör auf machen wir bloß keine probleme hier jetzt müsste ich mich mal um die montage kümmern das problem ist die rückwand besteht aus mdf 3 mm oder 5 mm mdf daran kann ich das ding nicht befestigen was ich machen werde ist auf jeden fall das ding erstmal anheben vorher natürlich an der seite hier so ein winkel zwei von den dingern erstmal festmachen schraube rein dass das teil weil das wird ja von unten noch abgestützt da ist ja noch eine werkbank da kippt mir das erstmal nicht um von unten kommt hier so eine stütze und dann schauen wir mal wie wir das am besten hinbekommen das mache ich jetzt natürlich nur vorübergehend hier dran das regal soll jetzt nicht an diesen zwei kleinen winkeln halten sondern wenn das erstmal oben ist werde ich dann drum herum bauen also gucken wie ich jetzt am besten gelöst bekomme das regal ist ein meter 17 hoch mache ich mir mal hier eine markierung 1 17 wenn ich das regal nämlich hochhebe dann kann ich das nämlich direkt drauf setzen so die wasserwaage nehmen wir uns mal 23 fette schrauben wie man unsere erste schraube dann gehen wir mal genau auf die linie können da millimeter runter gehen damit es nachher nicht zu knapp wird so dann wünscht mir glück so genau gemessen ne wow wow so das regal ist jetzt bombenfest was habe ich gemacht ich habe das regal mit dem oberen regal noch mal verbunden von den seiten rechts und links habe ich auch unten quer nochmal schrauben reingedreht und somit ist das teil eigentlich bombenfest also da bewegt sich gar nichts mehr die erste box da reinlegen und die höhe die höhe die ist auch perfekt ich habe dich ja beschriftet kann sie mir dann hier raus ziehen und dann habe ich hier wieder plate singt in den anderen regalen und natürlich auch unten. Das ist ja sehr wichtig, dass ich unten Platz habe. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich werde gleich noch hier meine Regale füllen mit dem ganzen Kram, was hier auf der Werkbank rumliegt. Ich werde aussortieren. Ich werde mal meine Werkzeuge mal so langsam auf die Werkbank legen und für die dann demnächst ein paar Halter bauen. Ja, das wird auch ein Video für meine Winkel, für meine Messmittel und all die ganzen Sachen, die man sonst immer braucht. Ich habe ja hier meine ganzen Bohrer und meine Forsterbohrer. Die werde ich dann auch hierher holen, dass ich die dann immer wieder griffbereit habe. Die Werkbänke werden demnächst gebaut mit Schubladen. Dafür brauche ich natürlich jede Menge Material, USB wieder und dann gucken wir mal, wie es am Ende hier ausschaut. Ich weiß, dass es heute ein bisschen, ja, etwas mager war. Kein Projekt, kein richtiges Projekt. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es hier in der Werkstatt weitergeht. Vielleicht hat der eine oder andere sich ja von meiner Idee sich inspirieren lassen und kann das genauso umsetzen. Ja, das war es für heute. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.